Yo, Leute, was geht ab zu Left 4 Dead 2, was man nicht lesen kann? Oder soll ich besser sagen? Left 4 Shrek 2. Was habe ich euch gesagt? Was habe ich euch gesagt, Alter? Okay, das ist also die Taschenlampe. Ich hätte jetzt vier Maus haben. Oh, ich bin Shrek. Ich kill das Zeug. BAM! Goldshot Gochelle geschützt. Was? Ich habe verstanden, dem scheiß Anzug. Der Weg ist blockiert. Oh, ich... Oh no, ich höre Shrek. Der ist nicht gedreht, oder? Shrek, oder? Ah, ja, ich muss da ums Fenster. Geil, dass er jetzt hier scheiß Kotze ist. BAM! DU HURT! Da, Aufzug. Sie kommen. Das soll dich jetzt nicht weg. Ja, meine Taschenlampe bringt mir so viel, oder? Alter, was schießt der mich an? Der war da Anti-Made. Na, 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 na. Boom. Jetzt werde ich angerufen, oder? Ui. Und das? Ein Feuerspucker? Ein Feuerspucker, oder? Ui. Zwölf Sekunden später. Oh, je. Das ist ja alles voller Feuer. Was war das denn? Oh nein, ist das ein russischer Shrek? Zucker Black. Okay, nee, ist ein normaler Shrek. Aber welcher Shrek? Der Seepo's Shrek. Oh, jetzt kommt wieder das mit der Cola. So, Spear on. Gib dir die Cola. Oh. Katana. Nimm die Cola. Nein. Nice. So macht er den Weg frei. Mit Cola. Ich glaube, der Dementos reingegeben hat. Der Shrek-Tank. So, das ist ein Tank, oder? Jesus, das Ding ist groß. Das ist ein Schrecker. Ui. Ein Schrecker. Ha, 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 ha. Oh, Momenti her. Are you serious, Rainier? Dieser Blick von Chica. So, schick nochmal. Au, nein. Schrecker. Rollt, greppe runter. Boah, ich hab's diesmal geschafft. Das wollte ich im letzten Left 4 Dead 2-Video machen. Ich bin so ein Winzling. Winzling? Ja, das ist wohl Coach. Warum jetzt so eine gruselige Musik, Alter? Ich hab Shrek als Taschenlampe. Jeder schnappt sich eine Waffe. Wir haben alle schon eine Waffe, Alter. Oh. Ja, was gibst du mir jetzt die Pillen in die Hand? Nein. Nein. Und niemand ist oben. Chica. Yoshi. Ich... Chica. Coach. Oh, shit. Oh, ey, da, was macht die da oben? Ja, kommt der. Ja, geht doch mal rein. Es ist ein scheiß Schutzraum. Was ist das für eine Hand, Alter? Acht Benzinkanister. Nicht graus, Genrester. Oh, da ist der Kamm, Alter. Hier rein. Wurz, Alter. Und das wahrscheinlich unter einer Stunde, oder? Wenn ich das unter einer Stunde geschafft hab, dann bin ich Wow